Kennst du die morische Karottensuppe? Wenn nein, dann solltest du in diesem Video auf jeden Fall dranbleiben, denn hier erfährst du, warum diese Suppe so besonders ist und in welchen Situationen diese Suppe wirklich Wunder bewirken kann. Bleib auf jeden Fall dran! Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Emin und ich bin Tierarzt. Das Thema dieses Videos ist, wie schon gesagt, die morische Möhrensuppe. Ich werde dir verraten, warum diese Suppe so besonders ist, wie du diese Suppe effektiv einsetzen kannst und warum sie für dich und deine Vierbeiner so vorteilhaft ist. Bevor wir jedoch weitermachen, empfehle ich dir, diesen Kanal hier unten zu abonnieren, damit du die nächsten Videos und hilfreichen Tipps nicht verpasst. In diesem Video möchte ich gleich mit ein paar wichtigen Punkten am Anfang starten und einer der wichtigsten Punkte ist, dass die morische Karottensuppe eine ideale Schonkost ist für Hunde mit akutem Durchfall. Weiterer wichtiger Punkt ist, dass diese Suppe ein wichtiger Teil einer gesunden Hundeernährung sein sollte. Weiters ist die Suppe natürlich sehr zu empfehlen für Menschen und auch Katzen. Wobei, viele Hunde essen diese Karottensuppe sehr gerne, Menschen genauso. Ob es den Geschmack unserer Katzen, unserer Samtpfoten trifft, ist oft fraglich. Falls deine Katze die morische Karottensuppe gerne isst, lass es mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Und eine nette zusätzliche Information ist, dass du diese morische Karottensuppe zubereiten kannst und gemeinsam mit deinen Vierbeiner verzehren kannst. Wie du schon weißt, ist es eine ideale, gesunde Schonkost für dich und deine Vierbeiner. Nun möchte ich ganz kurz in das Thema akuter Durchfall eingehen. Und die Hauptgründe für akuten Durchfall bei Hund so wie bei einer Katze sind bakterielle und virale Infektionen. In manchen Fällen können auch Parasiten der Grund für einen akuten Durchfall sein, wie beispielsweise Giardin. Es gibt aber noch eine breite Palette an weiteren Gründen, weiteren Ursachen, die zu einem Durchfall führen können. Zu diesem Thema habe ich ein eigenes Video erstellt. Verlinke ich dir hier oben und unten in der Videobeschreibung. Wie du nun weißt, ist diese morische Karottensuppe eine etwas besondere Suppe. Daher empfehle ich dir, beim nächsten plötzlichen akuten Durchfall deines Hundes, ihm diese Suppe anzubieten. Du wirst wirklich positiv überrascht sein, denn diese Suppe kann in vielen Situationen die Symptome deutlich lindern oder sogar den Durchfall beenden. Jedoch möchte ich hier gleich einen wichtigen Punkt betonen. Wenn der Durchfall deines Hundes mit weiteren Begleitsymptomen verkompliziert wird, dann solltest du nicht länger warten und sofort zu deinem Tierarzt gehen. Ich möchte dir jetzt gleich eine Liste aufzählen und dir damit helfen, in welchen Situationen und bei welchen Symptomen du nicht warten solltest und gleich zum Tierarzt gehen solltest. Und diese Liste wäre, Wenn dein Hund Durchfall länger als zwei, maximal drei Tage hat, dann solltest du nicht länger warten, nicht weiter mit der morischen Karottensuppe oder anderweitig dieses Problem selber lösen, sondern gleich zum Tierarzt gehen. Weiters, wenn du bemerkst, dass beim akuten Durchfall noch Blut beigemengt ist, dann solltest du auch nicht warten, keine zwei, keine drei Tage, sondern möglichst rasch zum Tierarzt gehen. Wenn eben zu dem akuten Durchfall noch starke Bauchschmerzen auftreten, Krampfanfälle, Unruhe, Zittern, vermehrter Speichelfluss, wenn du bemerkst, dass dein Hund auf einmal erhöhte Körpertemperatur oder sogar Fieber bekommt, dann solltest du wirklich rasch zum Tierarzt gehen. Zum Thema Fieber, Fiebermessen beim Hund habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich dir oben und unten in der Videobeschreibung. Die Liste ist noch nicht ganz fertig, denn wenn du merkst, dass dein Hund keinen Appetit hat, also eine Appetitlosigkeit, und du merkst, dass im Erbrochenen noch Blut drinnen ist oder dein Hund einfach auf einmal intensiver bricht, dann solltest du nicht länger warten, keine zwei, keine drei Tage, sondern möglichst rasch zum Tierarzt gehen. Falls dein Vierbeiner beim Tierarzt war, dort untersucht und therapiert wurde, wird oft im Anschluss eine Schonkost empfohlen. Und eine ideale Lösung, eine ideale Schonkost ist, wie du schon weißt, die morosche Karottensuppe. Diese Suppe ist ideal zum Aufbau der Magen-Darm-Flora und ist eine tolle Begleitung der tierärztlichen Therapie. Nun möchte ich auf ein paar wichtige Fakten zur moroschen Karottensuppe eingehen und zuerst einmal zum Ursprung. Die morosche Karottensuppe wurde im Jahre 1908 von einem Professor namens Ernst Moro entwickelt. Diese Suppe war gedacht für Kleinkinder, die unter Magen-Darm-Beschwerden leiden. Und warum ist diese morosche Karottensuppe nun so effektiv? Der Hintergrund oder dieser besondere Effekt entsteht dadurch, dass die Karotten lange gegart werden. Und durch diese lange Garzeit entstehen spezielle Zuckermoleküle, die sich sehr positiv auf die Darmflora auswirken. Gleichzeitig hat diese Karottensuppe auch einen sehr schützenden Effekt für die Schleimhaut und wirkt somit sehr effektiv gegen diverse Keime und Parasiten. Bevor wir nun zu der Zutatenliste der moroschen Karottensuppe kommen, würde es mich riesig freuen, wenn wir dieses Video mit möglichst vielen Hunden- und auch Katzenhalter teilen, damit auch wirklich viele von dieser besonderen Suppe profitieren können. Nun kommen wir zu der Zubereitung dieser Suppe. Und keine Sorge, ist auf jeden Fall sehr einfach, kann jeder zu Hause ganz leicht umsetzen. Zuerst fängt man damit an, dass man die Karotten wäscht, schält und in grobe Stücke schneidet. Im Anschluss nimmst du dann einen Liter Wasser, gibst es in einen Kochtopf, dann nimmst du diese Karottenstücke und gibst es ebenfalls in einen Kochtopf und dann kommen wir zu dem wichtigsten Teil der Zubereitung, nämlich zur Garzeit. Du lässt dann diesen Kochtopf mit einem Liter Wasser und 500 Gramm Karotten mindestens 90 Minuten lang kochen. Im Anschluss nimmst du dann den Pürierstab und tust diese weich gekochten Karotten schön pürieren. Dann kommt noch ein Liter abgekochtes Wasser dazu, ein halber Teelöffel Kochsalz. Du vermengst das Ganze und lässt es abkühlen. Wenn das Ganze schön abgekühlt ist, kannst du es deinen Vierbeiner anbieten, kannst du dir eine Portion gönnen und auch deiner Katze was anbieten. Nochmals betonen möchte ich, dass es ganz wichtig ist, dass du diese Suppe schön abkühlen lässt, bevor du es deinem Hund, deiner Katze anbietest oder auch selber isst. Nun würde es mich sehr interessieren, kennst du diese morische Karottensuppe? Hast du Erfahrungen mit dieser morischen Karottensuppe? Wenn ja, dann würde es mich auf jeden Fall interessieren. Schreib mir diese Erfahrungen hier bitte unten in die Kommentare. Das wäre es nun zu diesem Video, zu diesem Thema. Ich würde mich nun über den Daumen hoch sehr freuen. Und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann wäre es der richtige Zeitpunkt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir gesunde Grüße und deinen Vierbeinen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.